Musik Es handelt sich um Julia und Heinrich Schmid. Die vermieten ein Zimmer auf Airbnb. Mieten sie sich einfach ein. Polizist und Hebamme? Täuschen Sie sich da nicht möglicherweise? Wollen Sie den Auftrag oder nicht? Ja, ja. Finden Sie das Dokument so schnell wie möglich. Auf keinen Fall darf es in falsche Hände geraten. Sie haben sieben Tage Zeit. Und passen Sie auf. Was? Oh! Oh, was hier ist es? Oh, was hier ist es? Untertitelung des ZDF, 2020 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 Meine Frau besteht darauf, Sie sofort zum Kaffee einzuladen. Ob Sie wollen oder nicht? Ja, in Ordnung. Ich komm dann. Herr Schmidt, Sie sind also Polizist? Ja, richtig. Er wurde letztes Jahr befördert zum Felgwebel. Oh, gratuliere. Ja, dann haben Sie sicher viel zu tun. Ja. Aber ist das Ihr Sohn? Nein. Das ist mein Patenkind. Herr Schaller ist Fotograf. Er fotografiert Landschaften. Ja, habe ich mitbekommen. Ja, Sie haben ein ziemlich interessantes Untergrundgewölbe. Oh. Wenn Sie wollen, kann ich Ihnen das natürlich alles zeigen. Ja. 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 Ich habe eine Spur, aber ich brauche noch dringend paar Tage. Hm. Okay. Ja. 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 Me murdered. Ja. 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 Vielen Dank.